Heidi, Heidi La 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 Heidi Heidi Bunerval sentiberg Also heute werd ich versuchen zu erklären, warum es nach wie vorher sehr wichtig ist, die Kinder gut zu binden für das Leben anhand von Märchen, die weltberühmt geworden sind. Also deren Aussage vom Gewürz her, also vom Psychiatrischen immer Geltung haben wird. Also einen Mann im besten Alter aus dem Dorf zu verdrängen durch Jahrzehnte langen Meinheit. Verstehst? Als ob alle statt konstruktiv mitarbeiten absolut daneben. Verstehst, bis sie den Mann im besten von der Arbeit, vom sozialen Leben aus der Kirche und alles verdrängen. Bis der Mann zur Flucht, dass er sagt, ich will nie mehr in die Kirche gehen, ich will mit dem Dorf, mit den ganzen Rattentieren nichts mehr zu tun haben. Die sind brutal, die sind wie Ratten geworden, wie Kannibalen. Verstehst? Ich, ich lebe in der Schweiz, ich bin jetzt im Alter, ich habe nur gedient, die ganze Last, die Bürde des Lebens getragen. Alle Kinder hat man mir abgeschlachtet. Ich, der Ohrheim, werde jetzt hinaufgehen, bis dort, wo Anfang, wo die Götter wohnen. Viertausend Meter See, verstehst? Und die Berge, da schmilzt das Schnee, das Klare, verstehst? Ich will nicht zurückziehen, der Weltentank ist Unlohn. Verstehst? Undank ist der Weltentlohn. Und dann sieht der Ohrheim herauf, und dann lebt er etwa zehn Jahre total vereinzelt in Exil und zerbricht daran fast, verstehst? Aber nicht ganz. Und dann das Glück der Gottheit, die Enkel sind ihm gnädig. Irgendetwa ein Mädchen, das aus seiner Verwandtschaft noch überlebt hat, das zwar nicht seines ist, plötzlich stirbt die Mutter. Und er, als Großvater, kann noch einmal die Liebe weitergeben diesem Enkelkind. Und da kann er noch einmal seine Seele, der sein Gemüt zurecht bügeln, in die Warmherzigkeit. Also noch einmal verzeihen, verstehst? Das, was man ihm angetan hat. Aber plötzlich sehen die anderen, er hat so Freude an der Heidi, an diesem Enkelkind. Und das Kind hat sich so gewöhnt an die frische Natur, die glanzt, den lieben Opa. Also an das eigene Blut, weil er die Liebe der Mutter verloren hat durch den Tod, verstehst? Als weißen Kind. Und plötzlich, diese Pariseerweiber drängen sich wieder auf und kommen, kommen. Bis vom fernen Ausländen und wollen den Opa wieder das Kind wegnehmen. Und raten ihn an, wir müssen jetzt jetzt hinfahren, nach Frankfurt. Da ist alles wieder besser. Also die Geschichte der Weiber, die alle Kinder kannibalisieren, die eigenen umbringen, durch meinet Rufwort, das ganze Leben, das Mannes zerstören. Wo es kein Einlenken mehr gibt. Es gibt ja kein Einlenken. Wenn der Mann auf 4.000 Meter ist, die kommen doch in die Höhe, verstehst? Und raten dich an. Und das, was in der Hexe, verstehst? Oder in Kräuterbeinen, oder in Rotkäppchen, das ist auch von in Heidi wieder geschildert worden, verstehst? Das ewige Anratten bis zum letzten Blutstropfen des Mannes, der total tugendhaft ist. Es ist nichts, was irgendeine Sünde gemacht hätte. Der Ohlheim, der Schweizer, verstehst? Und zum Schluss, jeder Mann, wenn 30 Jahre vergangen ist, er hat kein Kind, alles ermordet. 30 Millionen Stück. Und die Dame hat dennoch recht. Immer. Und Männer draufblühen. Und dann geht's wieder. Und dann, wenn man fragt, er hat 30 Millionen Stück deutscher Sprache. Hast du ein Kind? Nein, nein, hab ich keins.